Hm. Eventuell kann ich bei ihm ja noch was loswerden, aber das glaube ich gerade ehrlich gesagt nicht, weil der hat ja nur diese Monsteraufträge. Guck mal, noch eine Afghani und ich kann noch einen Kuchen machen. Habe ich irgendwo eine Afghani? Ja. Wie viel brauche ich denn? Gucken wir doch mal so. Zwölf. Ah, passt genau. Das ist schön. Kann ich hier Kuchen reinschmeißen? Zack. Und schon habe ich wieder 22 Plätze frei. Yay. Und wie viel brauche ich? Dann wären wir hier bei 27. Ich brauche also noch ein bisschen mehr. Ja gut, du hast ja jetzt nur... Von dir habe ich absolut nichts. Das ist aber auch okay gerade. Das reicht auch. Warte mal, was war jetzt meine Idee? Ich habe eine Chemdog gepflanzt, ne? Eine Chemdog für... ...das hier. War doch so, oder? Oder eher hierfür. Wobei, Jack Harrah brauche ich ja. Wäre wohl schlauer, wenn ich sie hier benutze. So, dazu muss die Chemdog aber auch erstmal fertig werden. Da ist eine Chemdog. Ach nee, genau. Das war mein Plan. Ich wollte Honig machen. Aber die Chemdog wollte ich auch benutzen. Hierfür. Na ja. Hoffen wir doch mal, dass ich es schaffe, nur so ein bisschen Chemdog abzuschneiden, damit das hinhaut. Andernfalls. Für was kann ich es noch benutzen? Schokolade. Eine Afghani steht da auch noch. Ich lasse den Donut da mal kurz rumwabern. Sonst wird das nämlich nix hier. Wir brauchen noch drei Minuten, die Chemdog. Circa. Ja, um solche Aufträge hier muss ich mich auch noch kümmern. Weil er gibt noch mal gut Punkte. Wenn ich jetzt auf den letzten Metern hier aufhöre, diese großen Punkte einzufahren, dann dauert das wieder... Jetzt habe ich Mehl aufgehoben. War das dumm? Warum mache ich noch so viel Mehl? Bestimmt gerade so gut gepasst. Okay, komm. Dann schneide ich eine... Eine Afghani ab. Sind, glaube ich, wieder zwölf. Ne, diesmal sind es 14. Okay. Und mach hier noch einen Kuchen. Zack. Komm, machen wir jetzt so. Dann schneiden wir die ab. Habe ich eigentlich jetzt keine Northern Lights mehr? Was mache ich denn da? Na ja, gut. Northern Lights wächst ja zum Glück schnell. Pflanze ich gleich zweimal. Okay, 13 Haze. War das auch noch wichtig? Okay. Ja. Ja und nein. Für Honig brauche ich Hindukusch und Sourdiesel. Hm. Dafür brauche ich jetzt nur noch eine Afghani. Na komm, dann pflanzen wir auch noch eine Afghani. Dann können wir auch noch einmal Schokolade machen. Und dann dürfte ich aber, wenn Northern Lights fertig ist, soweit sein. Komm, ich nehme die Scheiße jetzt auf. Was ziemlich doof war wahrscheinlich, aber... Ich muss ja jetzt auch erstmal die Aufträge dann loswerden. Also wegschicken. Ich bin entweder festgefahren oder ich bin kurz davor, das Rätsel zu lösen. Ich wollte gerade sagen, das Lätsel zu lösen. Wie so ein Puzzle-Game. Das muss da hin, damit das da hingeht. Gut, so, ich guck jetzt nochmal kurz nach Tapete. Nein. Oh Leute. Kommt schon. Oh Leute. Nee. Gut, die Afghani ist gleich fertig. Ähm. Was hatte ich mit der vor? Schokolade, ne? So. Hm. 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 Und als nächstes war dann Honig geplant. Ich habe nur noch zwei Plätze frei, weil ich das da noch nicht aufgehoben habe. Sour Diesel und Hindukusch. Die Hindukusch ist fertig. Die Sour Diesel braucht noch. Okay. Von welcher brauche ich mehr? Hm. Ist egal. Oh, warte. Hindukusch und Sour Diesel war Honig. Genau. Ich brauche mehr Hindukusch als Sour Diesel. Also schneide ich zuerst die Hindukusch ab. Dann die Sour Diesel. Ja, das habe ich befürchtet. Ähm. Ähm. Hm. 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 Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja. No.